Ähm, wir hatten nicht so viele andere Möglichkeiten da zu agieren. Ne, wir hätten ja mit den Kreaturen, die wir gezogen hätten, gar nicht gegen seine ankommen können. Ja, ja, genau. Vor allen Dingen nicht, wenn wir den Disavenge getriggert hätten. Wäre nicht anders ausgegangen. Abusive raus. Ähm. Ja, ist eigentlich gegen nichts schlecht. Ja. Es ist schlecht gegen... Gegen Smite. Ja, gut, Smite nicht, weil es eins gegen eins aussieht, wäre auch okay. Aber hier gegen, äh, der ist der mit. Ach, Elvenbow Archer. Elven Archer, meinst du? Ne, ich meinte eigentlich... Befällt es dir eigentlich. Oh, ich würde... Äh. Gesundheit. Danke. Ping, Trade. Ja. Ich meinte Northshire Cleric gegen und, und, und... Ah, okay, ja. Oh, okay, ja. Ja. Na, die kommt jetzt. Ja, um Cobra? Ne, Spellwender. Achso, du meinst jetzt, um... Der bufft die doch. Ja, ja, der bufft die doch. Okay, mal dann los. Klingt gut. Bin begeistert. Es ist doch, es ist doch, es ist doch, es ist doch klassisches Priest-Play jetzt. Zug 3, Valence Chosen. Come on, give it to me, baby. Bitte, bitte. Oh, okay. Oh. Oh. Pff, was soll das? Ja! Yes! Was? We're just chosen. Wirklich? Ja, wirklich. Ich hab gerade noch nicht geguckt, ich hab's nicht gesehen. Oh. Hast du dich gedankt? Noch nicht. Ja, ich weiß, ich kenn doch meine Priesterpappenheimer, ey. Ist das nice. Wie geil. Sehr schön. Das ist das klassische Priest-Play einfach, weißt du, so. Oh, mein Neuss-Shire, ich muss ihn buffen. Ja, ja. Und wenn's nur ein Power-Word-Sheet gewesen wäre, weißt du. So, okay. Ja, Traden. Und Kobo, oder? Ja. So, ne Überlegung wäre jetzt auch... Fin-Size Summoner hab ich auch kurz überlegt, ja. Oder fürs nächste Mal. Rage-Quit. Zerstört. Spellbänder Valance Chosen. Zerstört. Das war echt... Das war echt geil von dir. Die Idee war super gut. Direkt den Rage-Quit gefarmt, ey. Hätte man sich eigentlich denken können, warum er den nicht auf Turn 1 spielt, wenn er den... Ja, genau, 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 genau. Nur, weil er ihn danach warten will. Ja. Zwei und dann drei quasi. Ja. Oh. Sehr schön. Nice. Guter Call. Vor allem, das ist halt so schön, weil normal bist du halt mit Mage, Mage gegen Priest ist immer hart, so, weil der Priest halt die Heldenfähigkeit von Mage komplett auskontert, ne? Und, ähm... Ich muss das nochmal verarbeiten, ich weiß gar nicht. Ja. Ich glaube, ich mach ein Highlight draus. Bei wie viel sind wir? Zwei Stunden 38. Ich muss mir das mal auftippen. Auftippen.